Sicherlich, weil hier einfach überall Tote immer liegen, im ganzen Spiel liegen einfach Tote verteilt. Na ja, gut, das ist die Katastrophe. Kannst du mich an die Stadt erinnern? Da waren auch nur Tote. Bestand, die mit den Leichten oder die mit den Skeletten? Okay, warten wir ganz kurz, ich höre mal schnell, gell?